Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich eine Information, ein Thema, ein Angebot für Unternehmer, für Selbstständige oder Freiberufler, dass es, soweit ich das weiß, in dieser Form kaum oder gar nicht am Versicherungsmarkt gibt und das ich Ihnen ganz gerne kurz, ganz kurz, hoffentlich ganz kurz präsentieren möchte, nämlich ein unabhängiges, neutrales Versicherungsvertragscontrolling für Sie, für Ihr Unternehmen, indem ich Ihre Unterlagen, Ihre Versicherungsbedingungen, Ihre Prämien, Ihren Versicherungsschutz prüfe, ohne ein Interesse, dass Sie danach von mir betreut werden oder Sie die Verträge bei mir abschließen. Sicherlich ist es nur möglich damit, dadurch, dass ich für diese Arbeit, für dieses Controlling, für diese Ausarbeitung auf Honorarbasis arbeite und somit auch das komplette Interesse eines Abschlusses oder einer Neukundengewinnung von meiner Seite, aus meiner Sicht, völlig wegfällt. Bestimmt haben Sie sich schon oft gedacht, ob meine Versicherungsverträge alle passen. Vielleicht habe ich ja auch den ein oder anderen Vertrag zu viel oder vielleicht zahle ich zu viel, ganz einfach, für meine Versicherungsverträge. Aber vielleicht habe ich auch eine Lücke und keiner hat es erkannt, weil ich plötzlich neue Dinge mache, weil ich vielleicht neue Risiken dazubekommen habe, weil ich neue Mitarbeiter und neue Geschäftsfelder eröffnet habe. Das bedeutet ganz einfach mein Angebot für Sie, ich würde mit Ihnen eine Vereinbarung treffen, Ihre Versicherungsunterlagen prüfen mit Hilfe von Ihnen, mit Ihren Informationen, die ich natürlich dazu benötige und würde Ihnen das Ergebnis zur Verfügung stellen. Und wenn Sie das möchten, würde ich auch mit dem oder den Versicherungsleuten, mit denen Sie zusammenarbeiten, versuchen, diese Verbesserungen umzusetzen, die Prämie zu senken und die Verträge wieder auf ein richtiges Niveau zu bringen, wo alle Ihre Risiken enthalten sind, die Kosten reduziert oder optimiert werden und Sie weiterhin mit einem guten Gewissen Ihr Unternehmen betreiben. Sicherlich sollte dies alle drei bis fünf Jahre erneut getan werden, aber ein erster Schritt wäre, das erste Mal damit anzufangen und dieses externe Vertragscontrolling, das es ja nun mal ist, zu nutzen, um zu sehen, was dabei herauskommt und was es Ihnen für einen Nutzen bringt. Meine Erfahrung ist, dass die Versicherungsprämie meistens zwischen 20 bis 30 Prozent gesenkt werden kann, obwohl neue Risiken dazukommen und obwohl es bessere Bedingungen gibt. Und dort, wo der Preis schon passt, wo der Preis schon so günstig und gut ist, dass man hieran nicht mehr schrauben und drehen kann, dort ist es oftmals so, dass man Einschlüsse in diese Verträge bekommt, die heutzutage eine moderne Police haben muss, wie zum Beispiel in der Gebäudeversicherung Elementarschäden oder zum Beispiel in der Produkthaftpflichtversicherung, die, wenn Produkte nicht so sind, wie sie versprochen wurden vom Unternehmen und in der Haftpflichtversicherung Klauseln beispielsweise von Privathaftpflicht integrieren, Hundehaftpflicht integrieren oder aber auch die Großfamilie integrieren, wenn die Eltern zu Hause leben mit zu Hause bei einem selbst oder die Kinder, die erwachsenen Kinder noch zu Hause sind und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten hier auch ohne Kosten zu senken, das Produkt aufzuwerten, aber meistens ist es so, dass die Kostenreduzierung inklusive der Produktaufwertung, der Vertragsoptimierung bei 20 bis 30 Prozent pro Jahr liegt und somit ist auch das Honorar, das dafür verlangt wird, von mir relativ schnell wieder amortisiert. Und wie gesagt, es gibt kein Interesse, dass Sie später unbedingt bei mir Kunde werden müssen, so kann ich neutral und unabhängig Ihnen Rede und Antwort stehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie auf mich zukommen, meine Daten wieder im Abspann oder auf meiner Homepage und wenn Ihnen dieses Angebot gefällt, freue ich mich auch über einen Daumen hoch oder auch die Abonnierung meines Videokanals. Vielen Dank, Ihr Klaus Echtler Vielen Dank.